Hallo ihr liebe Leute, das ist heute mal ein besonderes Video für mich. Es ist zwar nur ein kleines Video, aber zur Feier des Tages, wie ihr es je kennt, losse ich das Männchenrenne und mag einfach noch ein paar Worte loswerden. Wie ihr am Titel vom Video sehen könnt, ist das ein Yankee feiert 100 Abonnenten Special und ich bin immens glücklich, nicht nur darüber, dass ich vor ca. einer Woche jetzt mein 100 Abonnentenziel erreicht habe und damit die Ankündigung von meinem Silvester Special zu Alien Isolation erfüllt habe, sondern ich möchte die Chance jetzt einfach nutzen, um euch alle nochmal ein tierisches und großes, dickes, fettes Danke zukommen zu lassen. Ach, ich bin total gerührt, dass ich das wirklich geschafft habe, dass ich 100 Leute für mich gewinnen konnte, die Let's Play auf Pelzig tatsächlich abonniert haben und mir mittlerweile echt sehr freundliches Feedback geben, die immer do sind, wenn ich irgendwelche Frohre habe und die mich immer unterstützen in dem, was ich hier mache. Und ich mag es einfach nur mal so kurz zusammenfassen, weil ich es irgendwie kaum klauen kann. Am 26.08. habe ich ja das erste Mal 2016 The Last of Us hochgeladet. Das war mein erstes Let's Play, was ich gemacht habe. Und ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass ich unter den Voraussetzungen, die ich jetzt eigentlich habe, nicht The Last of Us gemacht habe, sondern dass ich wirklich so gierig war, dass ich mich als erstes auf das Projekt gestürzt habe, weil es ist immer noch Enzo meine Lieblingsspiele, es hat alles, es hat Story, es hat Charaktere, aber es ist wunderbar, ich liebe es einfach. Und ich wollte das als erstes rüberbringen, weil ich gedacht habe, okay, das kannst du, das ist ein sehr gutes Spiel, was dir liegt, aber na gut, im Endeffekt wäre es jetzt natürlich mit Facecam wesentlich cooler gewesen, das zu spielen, es wäre cooler gewesen, das mit meinem jetzigen Mikro, was ich habe zu machen, aber so what. Es war auf jeden Fall mein erstes Let's Play und mein einzigstes Let's Play. Dennoch kam dann Alien Isolation, das war das Projekt für mich schlecht hier. Ich habe die Facecam, die ich jetzt immer noch verwende, die ich jetzt gerade noch reich lotze, die habe ich das erste Mal da verwendet. Und ich habe das erste Mal dann auch im Laufe des Spiels von meiner ursprünglichen PS4-Kopfhörer gewechselt zu meinem jetzigen Mikrofon, was ich verwende, damals aber noch nicht in dem Galgo stehen, sondern das war noch in so einem Tischhalter. Mittlerweile habe ich das ja wirklich mit Mikrofonhalter und Galgo und so weiter, also mit Spinne noch dran, damit das Mikrofon richtig sitzt. Also mittlerweile ist es so semi-professionell, was ich da an Gerät habe. Und ach, diese Kopfhörer kamen das erste Mal da mit dazu. Dann kam mir auch The Walking Dead noch nebenbei dazu als Projekt. Das war mir ach ein Projekt, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen gelegen hat. Die Telltale Games The Walking Dead Reihe. Alien Isolation natürlich das Projekt, das ging ja ewig das Spiel. Ich habe ja dann ach so gelernt, wie ich so halbwegs zusammenschneidend die 30 Minuten oder 20 Minuten erreiche kann. Waren danach erstmals Videos, die länger waren als 15 Minuten. Und jo, mittlerweile habe ich die 20 Minuten Standard. Das ist auch mittlerweile einfache Woche, weil ich herausgefunden habe, wie ich von der Playstation 4 einfach auf 20 Minuten aufnehmen kann. Und von all den Playstation Spielen, die ich gespielt habe, vor allem viele Horror-Survival-Spiele, wie Outlast, oh, Outlast, das sitzt man immer noch in der Knoche, sowohl Ends als auch Whistleblower. Outlast 2 war halt auch sehr cool. Aber ich muss sagen, Outlast Ends und 2 sitzt man wesentlich mehr in der Knoche, wobei die Schul-Szene in Outlast 2, alter Latz, du knabber, ich immer noch dran. Ja, Yankee war merkwürdigerweise am Anfang echt ein Kanal, der eher für Horror und Survival-Horror gestanden hat. Mittlerweile gehe ich da eigentlich eher ein bisschen davon weg. Klar, ich zocke die Horror-Games immer noch unglaublich gern. Deswegen habe ich ja auch dann das letzte Mal meinen Livestream gemacht, aber da kommen wir bald noch dazu. Auf jeden Fall, ja, waren das am Anfang eher so Horror-Spiele, die ich gezockt habe. Und dann habe ich mal immer mehr ein paar andere dazu geholt, bis ich dann auch wirklich angefangen habe, ganze Reihe zu spielen, sprich die Uncharted-Reihe, die ich gespielt habe. Dann die Bioshock-Reihe, die ich jetzt so anfange, dann habe ich angefangen, die Klassiker für mich zu entdecken. Und habe dann auch, indem ich gesagt habe, okay, es gibt eigentlich kein Horrorspiel mehr noch so mal, vor allem noch so mal, was so genial war, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt machst du mal eher die Klassiker-Dinger und vor allem machst du auch mal eher die Fantasy-Rolle-Spiele. Und dann bin ich zu Projekten gekommen, wo ich im Endeffekt denke, es wäre geschickter gewesen am Anfang, Baldur Skate 2 als erstes Let's Play zu nehmen. Weil do kenne ich mich auch spitze aus. Aber am Anfang habe ich echt ums Verrecken nicht gewusst, wie ich am PC aufnehme, wie das funktioniert. Von daher habe ich eher PS4-Aufnahme gemacht. Und ich finde die Mischung mittlerweile sehr schön. Die Mischung aus PlayStation 4 und am PC. Das macht mir eigentlich schon viel Spaß. Und ja, jetzt möchte ich an der Stelle aber genug von dieser Yankee-Historie abweichen, weil ihr wisst ja, was aus dem Kanal Woche ist, aber das ist nur euch zu verdanken. Was aus dem Kanal Woche ist, ist einzig und allein nur euch Zuschauer zu verdanken. Deswegen muss ich wirklich an der Stelle ein großes, dickes, fettes Herz, hätte ich Konfetti, würde ich jetzt hochschmeißen, würde ich euch gern zukommen lassen. Weil ohne Witz, ihr liebe Leid, genau ihr seid die liebe Leid. Die sind's, die meinen Kanal groß machen, die meinen Kanal supporten, die mir zeigen, dass der Shampel, den ich mache und den ich euch präsentiere, eigentlich auch gut ahrkommt. Dass meine Art zum Moderieren gut ahrkommt. Und dass meine Art, die Spiele zu Kommentieren bei euch gut ahrkommt. Deswegen kann ich wirklich nur nochmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, vor allem an die Leute der ersten Stunde. Ich denke nur vor allem an Kai, der seit dem ersten The Last of Us Let's Play bei mir mit dabei ist und wirklich jedes Video von mir auf Facebook kommentiert. Weil ich habe ja auch eine Facebook- und eine Twitter-Site, die seht ihr ja auch immer in der Videobeschreibung. Aber auf jeden Fall, auf Facebook kommentiert ja echt jedes Video von mir. Deswegen, ich weiß, es ist ekelhaft, aber die Geste zählt, oder? Vielen, vielen lieben Dank für alles, Kai. Vielen Dank für die Hilfe von erster Stunde ahr. Und die anderen Leute, die mir auch so zugucken, vor allem Syltra K, vor allem Krar, der viel von meiner Klassik-Let's Plays guckt, Nerd-Gedanken, die auch immer wieder reisschneit. Am Anfang war es auch noch Ipanema, die viel mit dazu beigetragen und viel geguckt hat. Neuländer natürlich. Und alle Freunde und alle Arbeitskollege, Syltra K, auf jeden Fall auch noch, die auch bei meinen Livestreams so schön mit dabei waren. Skorplian, der da mit dabei war. Also wirklich vielen lieben Dank, dass ihr das alles mitmacht. Unsere Livestreams, wie gesagt, ich habe mal auch gedacht, es ist halt mittlerweile so, dass die Leute eher dafür abweichen, Let's Plays zu gucken und wollen lieber was live gucken. Klar, da muss man ja irgendwie mitstinken können mit der Veränderung in der Unterhaltung. Und da habe ich mir auch gedacht, weißt du was, mach da einfach mal Observer als Livestream. Und da habe ich all die tolle Leute, die ich jetzt so genannt habe, die waren alle mehr oder weniger mit dabei. Und wer war dann alles dabei? Mathilda war dabei, Vegas Jake war dabei, Kai war natürlich dabei, Syltra K war dabei, bei Skorplian war dabei, Kra hat immer mal wieder reingeguckt. Also wirklich an euch allen vielen, vielen Dank. Das war der erste Teststream, den ich so gemacht habe. Es war ja auch nicht so ein ewig langes Spiel, weswegen ich auch sagen muss, das war eigentlich echt genau richtig, so von der Länge her. Also absolut großartig, dass ich doch mit euch auch nochmal proben konnte. Der nächste Livestream wird ja von mir, wenn es erscheint, The Evil Within 2, auf Pelzig natürlich. Und ja, ich wollte einfach nur so ein schönes, freundliches Danke an euch alle geben. Ich hätte nie gedacht, dass diese Eigenart auf Pelzig tatsächlich so ankommt. Ich meine, ich rede jetzt an, als krägste Krumbeerbauerpelzig, sondern ich rede ja eigentlich ein relativ verständlicher Dialekt, würde ich sagen. Aber ich finde es so schön, dass diese Grundidee von mir, das Let's Play Dialekt, also das mal Dialekt beim Let's Player, dass man das verwendet, dass das wirklich arg lang findet und dass ich dort damit wirklich 100 Abonnenten gekriegt habe. Also ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mein Jahresziel tatsächlich erreicht habe und das nicht so kurz vor knapp, sondern schön Mitte bis Ende September habe ich das Ziel erreicht. Es dürfte jetzt, ich glaube so um der 26. 9. dürfte das erreicht worden sein. Das heißt, ein Jahr und ein Monat, nachdem ich argfangen habe, bin ich tatsächlich bei 100 Abonnenten gelandet. Ich danke euch wirklich für alles. Es wird auch nach wie vor, da ihr mich so schön supportet, werden auch in Zukunft Let's Play Videos auf Pelzigkummer, hin und wieder wahrscheinlich immer mal ein Horrorspiel, dann vor allem auch die Fantasy-Rolle-Spiele, die ich weiter verfolge werde und die Klassik-Rubrik und die Bioshock-Reihe wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Dennoch werden wir nochmal schauen, was passiert. Gebt mir doch einfach, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich Let's Play soll. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht von jetzt auf nachher passieren. Aber wenn ihr Vorschläge habt, ihr findet in der Videobeschreibung mein Facebook und mein Twitter-Site. Schreibt mich doch einfach ab, gebt mir doch Bescheid. Ich freue mich immer, wenn ich mit Feedback rechne kann und wenn ich mit den Leuten, die meine Videos gucken, persönlich schreibe kann. Es freut mich auf jeden Fall, dass es so gut argkummer ist und dass dieses Format Let's Play of Pelzig dank euch wirklich die 100 erreicht hat. Und ich würde sagen, im nächsten Jahr schaffen wir da auch locker die 200, oder? Also machen es gut, ihr liebe Leid. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich ziehe den Hut vor euch. Und es war nur ein kleines Dankeschön, Dodovor, dass ihr mir so geholfen habt, mein Ziel zu erreichen. Ich kann wirklich nur Dankeschön, Sarah. Ihr seid echt die Beste. Ich weiß, was ich an euch als Abonente habe, weil wenn ich akündige, dass ich in Urlaub oder auf Arbeitsreise gehe, ich bin zwei Wochen weg und ich habe noch zwei Abonente dazu gewonnen, statt welche zu verlieren. Also ihr seid echt die Treue, ihr seid die Beste. Ich bin froh, jeden von euch als Abonnent zu haben. Das Video ist nur euch gewidmet. Ich danke euch von Herzen und hoffe auf viele weitere Let's Plays und viele weitere lustige Stunden in dem tollen Hobby, was ich vor einem Jahr und, ja, circa im Monat für mich entdeckt habe. Und ich lasse euch auf jeden Fall immer weiter drei Teilhaben. Drei? Drei Teilhaben, Herrgott noch mal. Und wir wachsen zusammen in dem Hobby und wir schaffen auf jeden Fall auch noch irgendwann die Tausend. Also machen's gut, ihr liebe Leid und das nächste Let's Play kommt joach wieder. Do sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder. Schreibt mich a, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns. Eiern Yenke. Applaus